Hallo, ich bin unterwegs mit dem Raul und dem Hund und heute ist ein Frühlingstag, der nicht so super ist, vom Wetter her, jedenfalls aber ein toller Tag finde ich, Opa B. raus zu lassen. Herzlich willkommen beim Videokanal von Opa B. Es ist ungefähr ein paar Wochen her, dass ich das Video gesehen habe von Jan Huren, sein Nummer 9 und ich habe mir das angeschaut und meine Betroffenheit war sehr groß und in der Sekunde habe ich beschlossen, ich will, ich will was antworten, ich will reagieren. Aus dem Herzen, aus meinem Herzen kommt dieser Antrieb. So, danke allen Freunden und Freundinnen, die in den letzten Wochen Gas gegeben haben mit mir. Ich freue mich, dass ich das präsentieren darf. Proudly present, Opa B. Viel Spaß mit dem Video und somit ist das, was ich wollte, nämlich antworten, reagieren, eigentlich getan. Alles, was jetzt kommt, soll kommen oder nicht. See you hier auf dem Kanal. Tschüssi.